Das ist eine Maschine, die schießt mit Ionen, Ionenstrahlen, zwei Ionenstrahlen und sie schießt sie mit atomarer Präzision. Dann werden Atomen rausbombardiert sozusagen von den Proben und die werden mit Detektoren dann gemessen. Und das sind einzelne Atomen, die rauskommen von einzelnen Ionen, muss man sagen, die raus von diesen Proben kommen. Da es darf keine Vibration geben, es darf keine Änderung der Temperatur geben, es darf einfach nur sitzen bleiben und man darf auch nicht daneben sitzen. Wenn man es messt, man muss außerhalb im Raum sein, durch ein Fenster schauen, weil sonst die Wärme, das unsere Körper produzieren, wird ein Problem sein. Wenn wir Atmen, dass wir zu viel Luft bewegen, das ist auch ein Problem. Und das ist einfach, es ist eine teure Maschine, kostet so um die 4 Millionen und es ist, es gibt so um die 40 weltweit. Es gibt so um die Biomedizin vielleicht 3 oder 4 Millionen und es ist schwierig, es ist eine schwierige Sache, schwierig zu machen, schwierig zu bekommen, dann nicht das einfachste Gerät zur Zeit zu und zu und zu anzuwerfen. Dann, wir mussten einfach, wir mussten einen Raum dafür bauen. Das war nicht die Idee, das hier irgendwo zu stellen, sondern von Anfang an ist es geplant, wo es kommt, wie das Boden aussehen wird, was kommt auf den Boden, was kommt danach. Und am Ende, wir haben ein sehr ungewöhnliches Luftsystem mit kalter Luft, das von unten gepusht ist und von oben abgesaugt, das nicht absolut intuitiv ist. Normalerweise wird man, man verständlich nach, fast immer mit kalten Luft von oben einfach oben lassen, das kalte Luft kommt unten, es werden sich schon irgendwie kriegen wir ein Gleichgewicht. Hier wäre es unmöglich, weil das würde auf dem Gerätebene nicht ein Gleichgewicht sein. Und dann haben wir, es sieht einfach sehr besonders aus, es ist halt sehr besonders, dass das eine sehr ungewöhnliche Situation und System ist, alles dafür speziell geworden.